Hallo, mein Name ist Michael Keinrath und ich zeige euch heute den Aufbau eines APV pneumatischen Sehgeräts auf einen Grupper beziehungsweise erkläre ich euch, wie man die besten Ergebnisse dabei erzielen kann. Der PS sollte höher montiert sein, wie die Prallbleche, damit die Schläuche in einem natürlichen Gefälle nach unten montiert werden können. Die Prallbleche über die gesamte Arbeitsbreite gleichmäßig aufteilen. Die Prallbleche sollten immer vor die Nachlaufwalze beziehungsweise in die Nachlaufwalze streuen. Wichtig dabei aber die Einübungsbleche zu beachten, damit das Saatgut nicht zu tief verschüttet wird. Die Schläuche müssen an beiden Seiten ganz gerade abgeschnitten sein. Der Schlauch muss komplett bis zum Anschlag hineingesteckt werden. Die Schläuche müssen an den Schlauch- und Schlauch- und Schlauch- und Schlauch- und Schlauch- und Schlauch. Die Schläuche müssen an den Schlauch- und 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 Schlauch- Auswahl der passenden Seewelle mit Hilfe der Betriebsanleitung. Wir machen die Abtriebprobe für Senf, so würden wir die feine Seewelle benötigen. Wir schieben es auf die 10-12-янg ft, dass die vor zuerst in der Ferne geht, freue ich mich, nicht so wie ich. Wir brauchen die Abtriebprobe für Die Bestrefleitung. Wie kann man das Wasser scharfen? Wir brauchen die Abtriebprobe für die Abtriebprobe für innen und die Abtriebprobe für die Abtriebprobe für die Abtriebprobe. Also sehen wir, wie die Abtriebprobe! Die Abtriebprobe für die Abtriebprobe. Die Abtriebprobe für die Abtriebprobe, die Abtriebprobe zu erhalten, die Abtriebprobe zu erhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Montage des Gegenstücks für die drucklose Rücklaufleitung Wenn der Traktor die Ölmenge einstellen kann, also der Liter pro Minute, muss zuerst am Hydraulikblock das Ventil komplett geöffnet werden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn Ihr Traktor die Ölmenge nicht einstellen kann, also die Liter pro Minute, muss das Ventil am Hydraulikblock komplett geschlossen werden. Nun schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie viel Bar Sie einstellen müssen. In unserem Fall wären das 20 Bar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020